Herzlich willkommen liebe Zuschauer hier bei Pöll TV und jetzt heißt es wieder dranbleiben. Wir haben eines beziehungsweise mehrere Produkte für Sie vorbereitet, die Sie im Alltag auf jeden Fall gebrauchen können. Denn man kennt das ja, man ist unterwegs, man möchte schnell mal jemanden anrufen und man wühlt Ewigkeiten in seiner Handtasche rum. Ich als Frau kenne das zumindest so und dann finde ich mein Handy nicht. Und da ist es doch super praktisch, wenn ich es direkt am Handgelenk trage. Und hier habe ich jetzt eine Handyuhr von Sim Valley und die werde ich Ihnen jetzt erklären mit Anne-Kathrin Kosch. Ja, das Beispiel, was du gerade genannt hast, ich glaube, das kennen wir alle. Aber nicht nur Frauen haben das Problem, sondern auch Männer, wenn die jetzt nicht immer gerade Hosentaschen haben um sich herum oder wie auch immer. Es ist mit dem Handy einfach so, dann bleibt es mal liegen, dann weiß man wieder nicht, wo hat man das Handy. Aber telefonieren wie James Bond, so mit der Uhr, das ist schon genial. Und das Schöne an Pearl TV ist ja, wir haben Sachen, die sonst keiner hat, beziehungsweise Sachen, die auch bezahlbar sind. Und wir fangen hier mit unserer schwarzen Handyuhr an, unsere modische Designer-Handyuhr. Und damit können Sie wirklich ganz eindrucksvoll telefonieren wie Ihre Kinohelden. Also erstmal ist es hier natürlich eine Uhr, ganz klar. Jetzt muss ich nur mal rumkommen, weil es ist ja immer so von der anderen Seite, es ist immer so schwierig. So, jetzt habe ich es ja angemacht, ne? Von Kopf über ist es immer ganz schwierig. Wenn wir uns das mal anschauen, jetzt sehen wir erstmal nur die Uhr. Ja. Aber, wenn ich jetzt hier ein paar Mal links und rechts scrolle, jetzt blendet es, jetzt sehen Sie gar nichts, das ist natürlich auch gut. Ich habe sie sonst auch um mein Handgelenk. Ah, dann zeig doch mal her. Also hier sehen wir jetzt erstmal das Menü eingeblendet, das heißt, Sie sehen schon richtig, es ist aufgebaut wie ein Smartphone. Sie haben eben gesehen, es ist eine normale Uhr am Handgelenk, ist sehr stylisch. Jeder fragt sich wahrscheinlich schon, Mensch, die hat aber ein großes Display. Und hier sehen wir jetzt wirklich unser Touchscreen, unser Feld, wo wir dann eben draufklicken können. Und ich kann damit eben telefonieren, ich kann SMS schreiben, ich kann mir Bilder anschauen oder zum Beispiel Musik hören oder Radio hören. Also ich kann damit so viel machen, das ist eigentlich ein vollständiges Smartphone und habe ich gleichzeitig hier immer im Handgelenk. Jetzt sehen wir ja hier, wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, einmal digital uns die Uhrzeit anzeigen zu lassen oder analog. So. Genau, da sehen wir es schön. Und jetzt, ich bediene das mal für dich, ja? Ja, ich mach das mal. Jetzt gehe ich hier nochmal rüber und dann sehe ich hier telefonieren. Klar, ist schon geil, ne? Wer kann sagen, ich bestelle jetzt mal eben mit meiner Uhr eine Pizza. Finde ich schon echt genial. Oder dann hier natürlich Musik. Das heißt jetzt für Sie natürlich auch, wenn Sie demnächst joggen gehen, da darf die hier nicht mehr fehlen. Genau. Denn diese Uhr, und das zeige ich jetzt auch noch. Moment, wir müssen nur weitergehen. So. Ja, da sehen wir das ganze Menü. Ja, genau. Die verfügt nämlich auch noch über Bluetooth. Das heißt natürlich auch, dass ich beispielsweise ein Bluetooth-fähiges Headset anschließen könnte und damit joggen gehe, ganz ohne Probleme, ganz ohne lästiges Kabelgewehr. Genau. Aber natürlich Fotos, Videos, all das ist hier möglich, wie ich das von einem Smartphone kenne. Klar, das ersetzt jetzt natürlich nicht Ihr iPhone. Das ist mir schon ganz bewusst. Aber es ist echt ein tolles Gadget, wo man mit angeben kann, wo man sagt, okay, das hat nicht jeder. Genau, das hat wirklich nicht jeder. Das macht sich wirklich super cool, wenn man sich jetzt vorstellt, ich sitze in der Bahn und muss mal eben schnell jemanden anrufen. Da wird man schon einige Blicke auf sich ziehen, denke ich auf jeden Fall. Denn das sieht natürlich wirklich cool aus, wenn man da mit seiner Uhr telefonieren kann. Aber selbst wenn Sie jetzt sagen, es gibt auch Gespräche, die möchte ich nicht mit der Freisprecheinrichtung führen, sondern das ist wirklich ein intimes Gespräch. Das soll keiner hören. Dann können Sie das Ganze per Bluetooth auch mit einem Headset zum Beispiel verbinden und dann können Sie eben auch ganz private Gespräche führen. Genau, das Ganze ist auch noch richtig speicherstark, denn bis zu 32 Gigabyte passen hier hinein. Können Sie dann wählen, was Sie gerne dazu reinlegen möchten und das macht schon echt Spaß. Jetzt gucken wir uns auch mal das Armband an. Das ist aus Silikon, aber wer sagt, das ist mir noch zu schwarz. Wir kommen später auch natürlich noch zu anderen Farben. Und wie man das ja von den Silikonarmbändern kennt, die sind richtig robust. Die halten auch einiges aus. Sieht super stylisch aus und ich finde das so genial. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo und bestellst ein Taxi. Erst mal gucken natürlich alle, was sie bestellt mit ihrer Uhr ein Taxi. Wie geht denn sowas? Also das ist schon echt eindrucksvoll. Genau, wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach mit einem Akku. Wir haben eine schön lange Akkulaufzeit und wir können ganz einfach hinten, das ist ja auch auf der Packung sehr schön drauf beschrieben, wenn ich das mal so zeigen kann, ganz einfach die SIM-Karte mit einführen. Die wird ganz einfach hinten mit eingesteckt und schon kann es losgehen. Sie haben dafür dann natürlich eine eigene Telefonnummer für ihre Uhr, für ihre Handyuhr. Und ich stelle mir das natürlich jetzt auch mal vor im Notfall. Wenn ich mal wirklich in Not bin, ich bin dann immer so, ich habe dann immer vorsichtshalber mein Handy in der Hand, weil ich weiß ja nicht, ob ich gleich überfallen werde, wenn ich gerade einen dunklen Weg irgendwie lang gehen muss. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es passiert mir wirklich mal was, dann ist es ja nur ein Griff und ich kann sofort zum Beispiel den Notruf wählen, die Polizei anrufen oder auf jeden Fall irgendwie einen Notruf tätigen, ohne dass ich lange mein Handy in der Tasche suchen muss. Kannst du dich noch erinnern, wir waren vor zwei Monaten auf der CeBIT in Hannover und wir trugen alle diese Uhr, also alle Moderatoren und alle missen und da haben sich die Fachpresse förmlich so drum gerissen. Weil das ist wirklich ein Highlight an dieser Stelle. Ich meine, klar, vielleicht gibt es schon solche Handyuhren von ähnlichen Anbietern, aber garantiert nicht für diesen unschlagbaren Preis von unter 80 Euro. Das ist echt ein Hammer. Also sowas wird definitiv mal die Zukunft sein, keine Frage. Und apropos Presse, wir wurden auch von Focus Online hier bewertet. Urteil, das PW315 Touch Armbandhandy von Sim Valley ist ein nettes Gadget für jeden, der sein teures Smartphone nicht mit auf Partys nehmen möchte und nicht so enttäuscht ist, wenn statt Kitt ein einfaches Taxi vorfährt. Auch wer beim Sport nicht auf Erreichbarkeit verzichten möchte, ist mit dem Handy fürs Handgelenk gut beraten. Ja, das stimmt natürlich. Das habe ich auch gesagt, das ersetzt jetzt kein Smartphone. Das ist mir auch bewusst, aber so als Gadget und um auch mal anzugeben, da ist das schon genial. Auch super praktisch, wenn ich wandere, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mein Smartphone, die ja mittlerweile immer größer werden, nicht mitschleppen möchte, diese halbe Telefonzelle. Das ist schon super klasse. Genau und auch wie gesagt, was hier eben gerade auch vorgelesen wurde mit dem Sporttreiben. Ich meine, wir haben hier wirklich ein tolles Silikonarmband. Das heißt, damit können Sie ganz bequem, das ist sehr elastisch, sodass Sie das beim Sport auch wirklich nicht stört. Das können Sie ganz einfach beim Sport tragen. Ich habe auch noch eine Kundenmeinung bekommen von Ihnen. Das freut uns übrigens auch immer, wenn Sie uns eine Kundenmeinung schreiben. Hier sehen Sie schon mal die Bestellnummer PX1730 und die 569. Und A.S. aus Neukirchen hat uns geschrieben, endlich muss ich mein Handy nicht mehr in einer Gürteltasche mit mir herumtragen. Angesichts der Größe dieses Handys ist der Sound des kleinen Lautsprechers richtig klasse. Auch die Verarbeitung macht insgesamt einen guten Eindruck. Dieses Gadget bekommt von mir eine klare Kaufempfehlung. Super, freut uns sehr, dass Sie uns das immer schreiben. Und auch Sie können uns gerne zu unseren Produkten eine E-Mail schreiben an redaktion.atpoll.tv und einfach mal Ihr Feedback bei uns hinterlassen. Ja und eine klare Kaufempfehlung bekommt auch die nächste Uhr von mir. Ich liebe diese Uhr, nämlich das Ganze gibt es natürlich auch noch in schlicht weiß. Für die Männer finde ich schwarz ganz cool, aber ich bin eher so der Weiß-Fan. Ich mag das, passt zu allem, sieht super schön aus und es sieht auch schon genial aus hier so am Handgelenk. Also das schindet schon Eindruck, wenn man das hier mal so sieht. Erst denkt man, okay, nur eine Uhr und dann scrolle ich hier einmal und dann sehe ich sofort natürlich hier meine Nachrichten. Hammer, ne? Also anrufen mal eben 0180 51 51 und dreimal die zwei oder welche Telefonnummer auch Sie immer möchten. Das funktioniert sofort. Und das ist ein Weiß jetzt mit der PX 1748 und der 569. Die hat auch wieder diese zahlreichen Funktionen und natürlich auch zahlreiche Extras wie Telefonbuch, FM-Radio, Organizer, Uhr. Und das ist natürlich richtig klasse. Also ich könnte mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Vielleicht nehmen Sie sogar gleich beide. Aber wir haben ja nachher noch mehr vorbereitet, ne? Genau, sogar Vibrationsalarm lässt sich hier einstellen oder wie du gesagt hast, Radio. Das finde ich ja auch sehr klasse, gerade wenn ich unterwegs bin und mal eben mit meinem Headset meine Uhr verbinde, mit meinem Bluetooth-Headset. Denn wir haben hier eben auch eine Bluetooth-Schnittstelle an dem Handy oder an unserer Handyuhr mit dabei, so dass Sie dann unterwegs entweder Ihre MP3s hören können oder eben auch Radio, aktuelle Nachrichten oder eben auch Fotos, was Sie sich hier anschauen können. Einfach, wenn Ihnen jemand eine MMS geschickt hat, ein Foto auf Ihr Handy geschickt hat, können Sie das hier ganz einfach empfangen und sich das anschauen und auch vergrößern. Und hier sehen wir das. Genau, FM-Radio. Wir haben keine SIM-Karte drin. Aber die Funktion würde theoretisch bestehen. Und bei einer Akkuleistung von bis zu 160 Minuten sprechen, ich glaube, das reicht auch für uns Frauen denn irgendwann. Da bekommen wir dann einen trockenen Mund. Ja, da haben wir auf jeden Fall eine Menge Zeit zum Quatschen. Die Akkulaufzeit ist wirklich sehr, sehr lang. Bis zu 60 Stunden im Standby-Modus haben wir hier eine Akkulaufzeit, die wirklich unglaublich lange ist. Super Sache. Also ich habe mich jetzt hier nochmal so ein bisschen durchs Menü gescrollt. Und wenn dann irgendwann doch mal durchs viele Menü-Scrollen der Akku leer sein sollte, USB-Kabel wird Ihnen natürlich mitgeliefert. Das wird dann hier an der Seite aufgeladen. Ich drehe das jetzt mal so ein bisschen. Schwuppdiwupp. Hier ist der Anschluss, genau. Das muss man dann hier aufklappen. Aber ich mit meinen Nägeln kriege das jetzt nicht hin. Aber ist ja auch wurscht. Ich habe übrigens auch noch ein paar, ja jetzt kann ich mich auch wieder ordentlich hinstellen. Ein bisschen Fachpresse hier. Einmal von Handyuhren. Die simuelle Handyuhr mit dem Kürzel PW315 Touch. Ah, hier sehen wir nochmal das Bild. Siehst du, das ist von der Messe. Oh ja, da sind wir drei. Das ist was ich meine, wir drei Blondinen. Wir drei missen. Miss Germany 2011 ist die Anne-Kathrin, ganz links. Dann komme ich, Miss Germany 2012. Und dann die aktuelle Miss Germany, Caroline Nöding, Miss Germany 2013. Genau. So, schönes Bild. Jetzt lese ich in der Zwischenzeit, während Sie die drei Blondinen bewundern, mal noch eine Fachpresse hier vor. Erschienen in Handyuhren, Ausgabe 04 2013, also sehr aktuell. Die simuelle Handyuhr mit dem Kürzel PW315 Touch hält, was der Anbieter verspricht. Die Hauptfunktionen wie Telefonie und Nachrichtenschreiben haben im Test überzeugt. Ja, das ist natürlich auch super. Und dann noch in erschienen Online-PC, da haben wir das Testurteil gut bekommen. Und Fazit, wer nicht auf Apple oder Samsung warten will, kann mit der Handyuhr gute erste Erfahrungen sammeln. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ich bin auch selber sehr begeistert. Hier unser weißes Modell mit der Bestellnummer PX1748 und die 569. Entweder telefonieren Sie damit über die eingebaute Freisprecheinrichtung. Wir sehen den Lautsprecher hier ganz an der Seite. Oder Sie verbinden das Ganze per Bluetooth mit einem Headset. Und dann kriegt auch keiner Ihre Gespräche mit. Und da können Sie dann natürlich auch Musik oder Radio drüber hören. So, ich habe ja auch noch eine neue Kundenmeinung für dieses weiße Modell von B.M. Es macht richtig Spaß, mit der Uhr zu telefonieren. Meine Freunde dachten, ich wäre verrückt, als sie die Uhr sahen. Als ich dann die Uhr... Also, ich kann die Uhr nur weiterempfehlen. Besonders gut auch für unterwegs. Man hat immer Musik dabei und man verliert sie nicht, weil man sie ja am Handgelenk trägt. Ja, so sieht das aus und verliert man nicht, weil man sie am Handgelenk trägt. Da hat die Kundin definitiv recht. Aber hier sind wir schon bei der nächsten. Oder? Ah, okay, alles klar. Unser neuestes Modell in knalle Orange. Das kann ich mir auch jetzt gut zum Verschenken vorstellen. Für Kinder zum Beispiel, für Jugendliche. Weil das ist ja wirklich ein sehr schöner Stoff. Dieses Silikonarmband ist sehr elastisch, ist sehr gut hautverträglich. Und das kann wirklich jeder tragen. Und das ist jetzt wirklich mal ein absoluter Knaller mit einer richtig schönen, knalligen Sommerfarbe. Noch ein ganz wichtiger Hinweis. Das Ganze ist natürlich auch vertrags- und Simlog-frei. Das heißt, wenn Sie noch zu Hause eine Prepaid-Karte haben oder vielleicht noch einen Vertrag von Ihrem alten Smartphone, dann können Sie das natürlich auch hier einfach einlegen. Das ist gar kein Problem. Das hast du ja bei vielen Anbietern nicht. Wenn du da ein Handy kaufst, musst du automatisch auch gleich noch einen Vertrag mit dazu nehmen. Das ist hier nichts. Sie legen die Karte ein, die Sie gerne möchten. Und hier sehen wir nochmal so ein schönes Beispiel. So gerade im Café rufst du mal die Freundin an. Und dann gucken alle ganz neidisch, was macht die denn mit ihrer Uhr? Die telefoniert. Kann man natürlich auch super als zweite Handy benutzen. Wenn man jetzt zum Beispiel geschäftlich und privates Telefon hat, dann kann man eins davon natürlich privat nutzen, das andere geschäftlich. Lässt sich natürlich auch super verbinden. Und dieses Design ist einfach, es fällt ja auf den ersten Blick nicht auf. Man sieht damit jetzt nicht irgendwie abgespaced aus oder so, sondern man hat einfach eine richtig schicke, elegante, tolle Uhr, ob nun in schwarz oder in weiß oder jetzt auch in orange. Damit macht man nichts Falsches. Man hat wirklich auch noch so viele Funktionen mit dabei, wie Radio, Fotos anschauen, Musik hören oder eben auch per Bluetooth-Geräte mit dazu schalten. Genau, und auch hier passen bis zu 32 GB rauf. Wenn Sie noch keine Speicherkarte haben, dann bestellen Sie sich die doch bitte gleich im Call-Sender mit dazu. Eine kleine Micro-SD, die hier reinpasst. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Telefonieren und mit Musik genießen und Fotos anschauen. Das ist wirklich ein klasse Gettet. Also sowas finde ich schon echt genial und vor allen Dingen auch bezahlbar. Das ist ja nicht das Besondere daran. Und ja, wir fanden die auch alle toll. Du hast ja auch mit gleich nach Hause genommen, ne? Du hast die auch nicht wieder abgegeben. Nee, die habe ich mir nicht wieder wegnehmen lassen. Und du hast es ja eben auch schon gesagt, das ist eben ein Gadget und jetzt kein iPhone- oder Handy-Ersatz. Also das ist einfach wirklich eine ganz lustige Sache für unterwegs. Und die Maße sind 45 x 40 x 13 mm. Und die ist halt auch wirklich sehr leicht. Also die ist nicht so klobig und schwer, denn sie wiegt nur 54 Gramm. Genau, übrigens habe ich hier noch von Unterwegs-Magazin ein Testurteil. Fazit, denn alles in allem ist die Handy-Uhr ein wirklich cooles Gadget. Ja, das bestätigt eigentlich das hier nochmal, was wir hier gesagt haben mit dem coolen Gadget. Und das ist schon eine super Sache. Ich meine, mittlerweile bekommst du ja nicht mal mehr eine Uhr für 80 Euro. Ja, also sei denn sie ist irgendwo eine ganz billige Uhr, dann vielleicht so eine No-Name-Uhr. Aber ganz ehrlich, ein Handy und eine Uhr und das für 80 Euro, das ist schon echt erstaunlich. Da kann keiner mithalten, das auf jeden Fall. Und jetzt nochmal die Bestellnummer für unser orangenes Modell. Das ist die PX1749 und die 569. Sie haben eben alles immer mit an Bord. Wenn Sie wirklich mal einen Notruf tätigen müssen, dann haben Sie eben schnell Ihr Handy quasi am Handgelenk. Es sieht auch noch super schick und elegant aus. Und das ist doch wirklich für 80 Euro ein absoluter Kracher. Ich denke auch. Ja, was Sie jetzt hier gerade übrigens schon gesehen haben, das sind schon unsere nächsten Handyuhren. Nämlich, beziehungsweise Ersatzarmbänder. Es ist ja so, nach einer Zeit werden ja Handys oder Armbänder von der Uhr sehr, sehr schnell, ja die verfärben sich durch das viele Anfassen und hast du nicht gesehen. Und da sich jetzt deswegen extra eine neue Uhr zu kaufen, wäre ja auch nicht so das Beste. Aber wenn man natürlich die Armbänder einfach austauschen kann, das ist schon mitgedacht an dieser Stelle. Genau. Und wir bei Pearl TV denken natürlich auch immer mit und haben da auch an Sie gedacht. Und wir haben hier jetzt eben Ersatzbänder, die Sie sich dazu bestellen können. Da können Sie zum Beispiel dann auch einfach mal die Farben mischen. Wir fangen jetzt mal an mit unserem roten Armband, was wir auch schon an der Uhr einmal befestigt haben und was hier auch noch einmal extra separat liegt. Genau, das Schöne ist, die sind hier in einem Knall rot. Die sind auch so leicht geriffelt. Wenn man mal näher heranschaut, sieht man das auch ganz gut. Und das macht diese Uhren, diese Armbänder natürlich auch wieder super robust. Hier dieses Silikon. Ich ziehe hier auch nochmal dran. Also die sind richtig schön stabil. Und wenn Sie mögen, man kann die hier auch abmachen. Das mache ich jetzt mal. Und dann auf der anderen Seite sind die rot. Also Sie können das natürlich auch so ein bisschen variieren. Stimmt. Das kann man natürlich auch machen. Sieht super stylisch aus. Also ganz ehrlich hier, das ist schon ein richtiger Hingucker. Sieht lustig aus hier so von der Seite. Genau. Und diese Armbanduhren oder diese Ersatzarmbänder, die Sie sich jetzt dazu bestellen können, sind natürlich maßgeschneidert für unsere Simbelli-Handyuhr. Das heißt, Sie können sie da ganz einfach austauschen und eben an Ihrem Display ganz leicht befestigen. Und dann können Sie eben auch variieren. Bestellen Sie sich doch gleich zwei, drei verschiedene Farben. Vielleicht in schwarz und in rot. Und dann können Sie damit eben variieren, wie Sie das gerne möchten. Mal haben Sie das von der schwarzen Seite. Dann können Sie noch die Schlaufen da auch noch umdrehen, dass Sie die rot oder schwarz haben. Also da kann man natürlich ordentlich dann rumspielen und jeden Tag auch was anderes tragen. Genau. Hier sehen Sie dafür die Bestellnummer PX1734 und die 569 in rot. Für keine fünf Euro kommt das zu Ihnen nach Hause. Ja, aber jetzt haben wir rot. Das ist ja schon eine sehr auffällige Farbe. Und wir kommen jetzt, glaube ich, ja genau, wir kommen jetzt zu etwas Dezenterem, nämlich schwarz. Ein ganz kleiner Tipp von mir. Ich finde ja schwarz cool, aber ich finde auch rot cool. Man könnte ja auch zum Beispiel sich alle beide Armbänder bestellen. Und halbe, halbe machen. Und halbe, halbe machen. Stimmt. Das würde dann so ungefähr aussehen. Also das finde ich auch genial. Eine Seite schwarz, ein rot, bunt wie das tägliche Leben. Genau. Und auch da kann man natürlich wieder wechseln und das variieren, wie man das möchte. Ich meine, man möchte ja auch vielleicht jeden Tag das zum passenden Outfit anziehen. Wenn ich mal was Schlichteres haben möchte, dann nehme ich die schwarze Uhr. Oder wenn ich mal ein bisschen bunter im Sommer rumlaufen möchte, dann nehme ich hier zum Beispiel unsere orange Uhr, die wir Ihnen eben vorgestellt haben. Und alles hier mit diesen Silikonarmbändern, also auch hier beim Sport, super zu tragen. Es ist super elastischer Stoff. Und falls Sie jetzt denken, Sie kommen langsam durcheinander, weil wir Ihnen so viele verschiedene Uhren vorgestellt haben, dann machen wir natürlich nachher gleich am Ende der Sendung noch eine Zusammenfassung mit den Bestellnummern für Sie. Genau. Man sieht hier auch wieder schön die Löcher und hier natürlich auch der Dornenverschluss. Dadurch ist es natürlich auch passend für jedes Handgelenk. Also ob ich jetzt ein schmaleres Handgelenk habe oder ein etwas breiteres, das passt sich natürlich an. Das heißt jetzt, wenn du so eine Fallschließe hast, natürlich nicht, ne? Stimmt. Und ich meine, Silikonarmbänder sind sowas von im Trend. Wenn man mal wirklich in einen Laden geht, sogar beim Juwelier oder in Sportgeschäften, diese Silikonarmbänder, die sind sowas von im Trend. Es gibt kaum noch irgendwelche metallischen Armbänder. Super Herstellerqualität natürlich auch. Also hier bekommen Sie Qualität nach Hause. Und also wer sich jetzt nicht entscheiden kann zwischen den Farben. Ich meine, diese Ersatzarmbänder, die kosten keine 5 Euro. Da bestellen sich gleich alle beide Farben noch mit dazu. Und dann kann man immer wechseln. Weil ich habe ja auch so eine Silikonuhr, ne? Und irgendwann soll ich das viele anfassen und ständig ab und dran machen. Ja, hat man das Bedürfnis. Das sieht nicht mehr so schön aus. Das war dann so grau. Ja, genau. PX1733, PX1736 und die 569 für unser schwarzes Ersatzband. Auch jetzt eben in der Silikonoptik in Silikon gehalten. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten. Und zwar zu einem ganz schlichten, eleganten Ersatzarmband. Und da haben wir jetzt mal kein Silikon. Genau, das ist nämlich ein sogenanntes Textilarmband. Auch das kann man hier natürlich wählen für unsere SimWally Handyarmbanduhr. Und das ist echt ein ganz robustes Material. Also das macht einiges mit. Das wäre jetzt auch, weil man sieht es schon hier an der Länge, auch super geeignet für zum Beispiel sehr, sehr, oder etwas breitere Handgelenke. Also das ist jetzt super gut dafür geeignet. Oder auch dadurch, dass es so robust ist, gerade so für die Gartenarbeit kann man das auch nehmen. Oder draußen, wenn man mal Mountainbiken ist. Ich meine, stell dir mal vor, du bist irgendwie mit dem Fahrrad oder irgendwie draußen überhaupt unterwegs und verläufst dich oder verfährst dich. Und du hast keine Tasche dabei, weil beim Sport will man ja auch möglichst wenig mit sich rumschleppen. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn du am Handgelenk automatisch auch noch eine Uhr und ein Handy trägst. Das heißt, du kannst sehen, wie lange bist du unterwegs. Du kannst auch noch notfalls jemanden anrufen, falls du dich mal verfahren hast. Und da ist dieses robuste Armband, was wir jetzt haben, dieses Textilarmband, eben wirklich super gut für den Outdoor-Bereich geeignet. Super hautfreundlich, super bequem. Was will man mehr? Ist natürlich auch hier wieder größenverstellbar und lässt sich garantiert auch ganz angenehm tragen. Man sieht hier auch diese kleinen, genau diese kleinen Schräubchen hier. Damit wechsle ich das dann an meinem Armband-Handy-Uhr oder Handy-Armband-Uhrmensch, hier Wortspiel. Also das ist wirklich ganz einfach. Und das kostet dann unter 10 Euro. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ganz genau. PX 1735 und die 569 für unser robustes Textilarmband oder beziehungsweise Ersatzarmband, was wirklich auf jeden Fall an diese Simvalley-Armbanduhr oder an diese Simvalley-Handy-Uhr ranpasst. Das heißt, da können Sie dann auch wieder variieren, welches Armband Sie denn jeden Tag tragen möchten. Ich meine, vielleicht möchte man den einen Tag dieses und den anderen Tag das. Und für diesen Preis können Sie sich eben wirklich direkt mehrere bestellen in verschiedenen Farben, die Uhren auch in verschiedenen Farben bestellen oder eben auch die Ersatzarmbänder einfach gleich dazu. Nun haben wir ja vorhin ständig von Musik gesprochen und ja, das gehört zu dem Handy dazu eigentlich. Und deswegen sollte man Folgendes auch gleich noch mit dazu bestellen. Nämlich unser Headset mit einem USB-Anschluss. Das heißt, unser Handy, werden Sie vorhin schon gesehen haben, beziehungsweise unsere Handy-Uhr, die verfügt ja über einen USB-Anschluss hier an der Seite. Vielleicht kann ich das jetzt nochmal aufpubeln oder vielleicht haben wir ja auch schon eins aufgepubelt. Vielleicht haben wir nicht. Dann kann man das nämlich super anschließen und dann kann man natürlich auch beim Joggen und unterwegs super Musik hören mit diesen kleinen super Stöpseln hier, die kleinen fürs Ohr. Und die liefern natürlich auch gute Qualität, gute Klangqualität. Wie gesagt, damit kann man nicht nur telefonieren, denn gerade so, wenn du im Zug bist, da will man ja auch ein bisschen anonymer bleiben. Also da will ich jetzt nicht, wenn ich mit meiner Handy-Uhr telefoniere, dass jeder mithören kann. Und dafür eignen die sie super, aber natürlich auch für den Sport. Die haben beste Stereo-Qualität und durch diesen USB-Anschluss, den zeige ich jetzt auch nochmal, der liegt hier. Es ist natürlich super einfach, gleich an meiner Handy-Uhr anzubringen. Ganz genau. Und hier haben wir das Ganze auch schon mal vorbereitet, damit Sie sehen, wie das dann aussieht. Sie können das hier ganz einfach einstöpseln und dann geht das auch schon los. Das heißt, Sie können dann einfach Musik hören, Sie können telefonieren und bleiben dabei anonym. Oder Sie sehen hier auch noch gerade nochmal die Uhrzeit. Und dann können Sie natürlich ganz normal durch das Menü sliden. Eben auch dieses Touchscreen an der Uhr finde ich auch echt cool. Geht absolut mit der Zeit, diese Uhr. Und dieses Headset ist auch wirklich angenehm zu tragen, sodass man jetzt kein Problem hat nach einer Zeit, dass einem das in den Ohren dann auch wehtut. Das ist ja auch öfter mal der Fall. Sondern das ist wirklich super angenehm zu tragen. Und man kann eben telefonieren, ohne dass man dabei die Freisprecheinrichtung benutzt. Ich meine, für Kanye 7 Euro würde ich gleich noch mit dazu bestellen. Also mir geht es jedenfalls immer so, zum Beispiel gerade beim Sport, ich brauche immer Musik. Ist es bei dir nicht auch so? Auf jeden Fall. Also Musik brauche ich beim Sport und im Alltag sehr, sehr oft unterwegs. Ja, und hier sehen Sie auch nochmal eingeblendet die Artikelnummer PX1732 und die 569 für unser USB-Headset. Für einen kleinen Mini-Preis von unter 7 Euro. Super Klangqualität und auch super Tragekomfort. Angeschlossen wird das an unsere Handyuhr mittels USB. Genau, damit sind Sie ein absoluter Hingucker. Und ich habe es ja schon vorhin gesagt, wir machen nachher natürlich noch eine kleine Zusammenfassung für Sie. Falls Sie jetzt hier langsam durcheinander gekommen sind, waren ja doch alles ein bisschen viel Bestellnummern. Aber erstmal gebe ich Ihnen schon mal unsere Telefonnummer, die 0181 51 51 und dreimal die 2. Die können Sie sich schon mal ganz groß aufschreiben. Und dann holen Sie sich jetzt schnell noch einen großen Zettel und einen Stift, womit Sie dann eben gleich unsere Bestellnummern mitschreiben können. Man hat es ja auch gerade nochmal schön gesehen. Die haben hier so einen kleinen Klipser noch direkt am Kabel. Ja. Weil häufig hast du es ja so, dass dann gerade der Kabelsalat überall rum schnippelt da. Und da kann man das schön an seinen Sachen noch mit festmachen oder wo auch immer. Stimmt, da fliegt das nicht so rum, ne? Ja, dann hast du kein Kabelgewirr, was da um dich herumhängt. Und ich kann das ja mal vormachen. Ich kann das mal gerne an meinen Jäckchen befestigen. Das sieht natürlich echt cool aus. Du gehst durch die Straßen und hast nur die Kopfhörer drin und du telefonierst. Und jeder fragt sich dann, mit wem telefoniert sie, mit wem spricht sie. Und keiner merkt, dass du dann da wirklich am Telefonieren bist. So, ich klipse mir das mal jetzt hier fest, damit man sich ungefähr vorstellen kann, wie das funktioniert. So, einmal anklipsen, einmal Öhrchen hier rein und dann geht der Musikgenuss auch los. Genau, hier stecke ich mir das ein. Da habe ich es schon drin. Jetzt müsste ich es nur noch mit meinem Handyohr verbinden und dann kann es schon eigentlich losgehen. Also wirklich, mit dem Bluetooth, das ist auch echt, muss man sagen, ich meine, es gibt so viele Geräte, die auch Bluetooth haben, womit man das dann verbinden kann. Und auch mit diesem Headset, das ist so eine supergeile Idee, wenn ich jetzt im Zug sitze und ich will einfach mal zum Beispiel mir ein Taxi bestellen oder mir eine Pizza bestellen, kann ja auch mal sein. Dann kann ich das Ganze einfach machen, ohne dass mich dabei eben jeder hört. Aber andersrum kann ich es auch wieder so einstellen, da ist halt eine Freisprecheinrichtung mit dabei, dass das über die Lautsprecher rauskommt. Und das finde ich eben so klasse, dass man hier eben wirklich die Wahl hat. Genau, und gerade hier bei unserem Headset, also wenn du dir wirklich im Fachmarkt mal die billigsten Kopfhörer oder beziehungsweise Headset kaufen willst, also da kriegst du keine unter 20 Euro. Auf jeden Fall. Und hier haben wir super hochwertige Qualität. Wir haben ein schön langes Kabel, wir haben angenehm tragbare Kopfhörer dabei und das Ganze für unter 10 Euro, sogar für unter 8 Euro. Also das ist der absolute Hammer. Genau, also wie stelle ich mir jetzt immer vor, gehst du eigentlich ins Fitnessstudio, trainierst du da noch? Ja, doch, ab und zu. Also ich habe im Fitnessstudio ja eine Zeit lang gearbeitet und gebe da halt ab und zu noch ein paar Fitnesskurse, aber bin auch privat ganz gern noch da. Und es ist doch doch so, wenn man Musik hört, ist man einfach motivierter, oder? Ja. Da klappt das doch viel besser mit dem Sport. Definitiv. Das ist schon ein Impulsand. Jetzt stell dir mal vor, du hast hier deine Kopfhörer und natürlich passend dazu die Handyuhr, ne? Und dann telefonierst du hier mit deiner Handyuhr, nebenbei hörst du noch ein bisschen Musik. Ich glaube, da zieht man schon einige neidische Blicke auf sich und das sind wirklich Dinge, die noch keiner hat, beziehungsweise alle werden dann denken, oh, die hat ja ein Vermögen dafür ausgegeben. Das ist der Hammer. Viele denken wirklich, das ist so mega teuer, das kann ich mir alles gar nicht leisten, aber wir zeigen Ihnen jetzt noch einmal in einer Zusammenfassung, dass Sie sich das alles leisten können. Sie haben die Qual der Wahl, was die Farben angeht, ob weiß, ob schwarz, ob orange und auch Ersatzarmbänder können Sie sich jetzt noch mit dazu bestellen und wir machen jetzt unsere Zusammenfassung. Genau, hier sehen wir erst noch mal, wie gleich telefoniert wird. Also auch eine angenehme Größe vom Display von 4 cm und eine super Auflösung von 240 x 240 Pixeln. Also das ist echt eine schöne Qualität. Ich meine, man muss sich das vorstellen, für keine 80 Euro, ja? Das ist schon Hammer. Ja, auf jeden Fall. So, unsere Sim Valley Handyuhr in schwarz. Bestellen Sie bitte mit der Bestellnummer PX 1730 und die 569 für unter 80 Euro. Ja, und wen das zu schwarz ist, der kann das Ganze natürlich auch gerne in weiß bestellen. PX 1749 und die 569 für keine 80 Euro. Die Uhren haben übrigens mal knapp 170 Euro gekostet. Musst du dir mal überlegen. Und wir haben hier so einen Hammerpreis. Und wer es jetzt noch bunter und knalliger mag, der bestellt die neon-orange Uhr mit der Bestellnummer PX 1749 und der 569 ebenfalls für unter 80 Euro. Ja, und wenn die Armbanduhren dann irgendwann mal bekrabbelt sind, dann kann man das austauschen, zum Beispiel mit einem Ersatzarmband in rot, rot wie die Liebe, mit der PX 1734 und der 569 für keine 5 Euro. Oder das Ganze in schwarz. Wenn Sie das eher schlicht und schwarz mögen, dann nehmen Sie die Bestellnummer PX 1736 und die 569 für das schwarze Silikonarmband. Genau, PX 1736 und die 569. Tja, und wem das jetzt alles zu viel Silikon war, der bekommt das Ersatzarmband natürlich auch in Textil. Also hier unser Ersatztextilarmband. PX 1735 und die 569 für keine 10 Euro. Ist natürlich auch super geeignet für etwas kräftigere Handgelenke, weil hier kann man wirklich schön variieren. Genau, weiter ging es mit unserem Headset, was sich natürlich super toll per Bluetooth oder USB mit unserer Simbelli-Smartphone-Uhr oder Handy-Uhr verbinden lässt. Mit der PX 1732 und der 569 für keine 7 Euro. Und, hast du dich schon für eine Farbe entschieden? Ach, weißt du, bei dem Preisen nämlich alle. Also wirklich, es ist weiß, es ist toll. Manchmal mag ich gerne schwarz und im Sommer ist natürlich schön, wenn man eine schön knallige orangene Uhr hat. Und ich meine, für unter 80 Euro. Oder ich bestelle mir einfach die Ersatzarmbänder eben mit dazu und dann kann ich das jeden Tag variieren, so wie ich das gerne möchte. Ich denke auch, also hier, das ist wirklich ein faires Angebot. Eigentlich ist es nicht fair, eigentlich müssten wir mehr dafür verlangen. Was die alles kann, die Handy-Uhr. Aber nicht nur schön die Handy-Uhr, natürlich auch denken Sie an unsere USB-Headsets, passend zum Sport. Oder wenn Sie auch gerne mal anonym sein möchten beim Telefonieren, da kann man so ein Headset auch sehr gut gebrauchen. Und da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. So, entweder Sie rufen jetzt an unter der 0180 51 51 und 3 mal der 2 und bestellen sich die Handy-Armbanduhr, die super gut von der Fachpresse auch gewertet ist. Oder natürlich auch gerne im Internet unter www.pearl.tv. Ein echter Hingucker mit super vielen praktischen Eigenschaften. Telefonieren, SMS schreiben, Bilder empfangen, Bilder anschauen, Radio hören, alles das können Sie mit diesem kleinen tollen Gerät für unter 80 Euro machen. Also ich würde sagen, Sie sollten unbedingt anrufen. Die Bestellnummern, die haben Sie sich alle schön in der Reihenfolge notiert. Da können Sie sich gleich nochmal schön Gedanken machen, welche Sie denn haben möchten. Können Sie sich nochmal mit Ihren Kindern oder Ihrer Familie besprechen, was Sie denn jetzt bestellen möchten. Vielleicht machen Sie gleich eine Sammelbestellung, denn ich denke mal, hier ist für jeden etwas dabei. Du, das ist ein guter Hinweis. Ab 150 Euro fallen nämlich die Versandkosten weg. Also wenn Sie sich jetzt zusammentun, dann sparen Sie vielleicht noch die Versandkosten. Gut gesagt, Isabel. Ganz genau. Ja, ich tippe jetzt mal hier schon mal die Handynummer 1 und ruf gleich an, weil eine will ich auf jeden Fall haben. Bestell es schon mal. 0180 51 51 und 3 mal der 2. So, während die Anne-Kathrin bestellt, verabschiede ich mich von Ihnen und ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß hier im Programm bei Pöll TV.